Abwehrspieler Alexander Nandjik, 25, hat seinen noch laufenden Vertrag beim Fußball-Zeitligisten SSV Jan Regensburg um weitere drei Jahre bis 2022 verlängert. Dies teilten die Oberpfälzer am Montagabend mit. Alex steht für Leidenschaft, Herzblut und unbändigen Einsatz. Damit und natürlich auch mit seinen sportlichen Qualitäten überzeugt er seit unserer Regionalliga-Saison, erklärte SSV-Geschäftsführer Christian Keller. Seit seinem Wechsel vom Chemnitzer FC zum SSV ist Linksverteidiger Nandjik Stammspieler der Jahren 11. Der gebürtige Rheinländer war an den beiden Aufstiegen von der Regionalliga bis in die 2. Liga beteiligt und schaffte mit den Oberbayern in der abgelaufenen Saison auch den Klassenerhalt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017